oder ich müsste das dach hier vorne rüber ziehen also bis hierhin dass ich das dach da dran schließen kann ja 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 und ne ne die die bis zum nächsten Mal. ich sehe es noch komme ich bringe hier vom dach im tod ich muss eine alternative finden also sieht es geil aus was war das hier habe ich mal ein gestein stufen jetzt unten verloren aber na gut sagen wir so die stelle ist ja weg dann das habe ich schon bedacht ja ich mache dann gleich mal noch ein paar es sieht so geil aus hatte muss ich das erhalten die erde finden wir immer mal wieder ja 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 das war minimals versuchen hier wir gehen bis hier hin ja 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 danke schön ich wollte mich schon beschweren gehen hier dass du dich einfach andersrum platziert so wie du sollst was man sich ganz früher mein kopf gewünscht hat dass sich so platziert in einer ganz frühen version so 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 Ja wenn man sich nicht permanent verbauen würde, können wir es sogar gut lösen. Ja seit man ist noch so schlau und baut richtig. Das war jetzt gerade verwirrend. Das ist jetzt gerade keine Ahnung. Das ist gerade so zum Mäuse melken. Aber halt beim Dachbau muss man sich ein bisschen konzentrieren. Sonst hat man jetzt nicht die Lösung hier gefunden. Und das sogar O der Erde. Da können wir uns ja mal selber auf die Schulter klopfen. Nein. Jetzt kommen dann hier oben drüber noch diese Cobblestone Slabs. Jetzt müssen wir nur mal gucken wie wir das hier machen. So dass wir das bloß ein bisschen hier um angleichen da kommt der vielleicht noch weg. Den hier so das bloß ein bisschen angeglichen scheint. Und wir müssen schon wieder schlafen gehen. Mann. Ich will noch nicht schlafen. Aber dann kommen wir uns da. Schlimm. Dann wenigstens mal eine Baustelle so gut wie fertig. Zumindest im Grundgerüst. Innenausstattung müssen wir noch so irgendwann mal machen. Stimmt ja das kommt ja jetzt hier noch. Ich glaube mal das sieht man glaube gar nicht von unten oder. nicht direkt weil da wurde ja eh noch Wolle hinkommen. Nein bitte nicht falsch herum. Nebenzufolge kommen wir ja wirklich das hier und dritte schon abreißen. Hat nur aufpassen nicht dass wir alles hier. Da kommen wir ja ein was machen. Habe ich noch? Nein ich habe keines plus mit mir nämlich gesagt. jetzt sind wir hier in die ecke. 1 Bruce Wood halten. So natürlich. Hammer. Wir haben noch Bruce Wood. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Du komm mit. Dankeschön. und dann müssen wir uns zum Schafgege begeben. Jetzt brauche ich noch ein paar Kappels zu uns selbst. Da dürfte ich allerdings noch welche in der Stein und Co Kiste haben. Ah. Da kommen die mich dann oben gleich noch die Slaps drauf ziehen. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Herr Stufe. Und so haben wir auch nicht gewettet. so haben wir das sogar mit dem Dach hier gelöst. Ohne dass es ganz russisch aussieht. Haben unseren Balkon. Behalten. Balkon. Balkon. So Stein und Co. Do that note. So. Das bisschen Erde ist ja kein Problem. Team. So. Dass man wenigstens mal wieder aussortiert haben. nicht dass man dann komplett voll equipt dahinter geht. Und wir haben schon wieder kaum cobblestone. Aber jetzt gucken wir schon mal wie es von vorne aussieht. Ja gut wenn dann noch hier vielleicht doch noch ein zwei Balken drin sein sind. Aber so sieht es doch geil aus. Könnt ihr mal gerne ins Kommentar schreiben wie ihr das so findet. Aber jetzt müssen wir uns erstmal nochmal zu Fuß auf den Weg machen. zu unserer schaffarm. Und vorher dürften wir aber erstmal. genau mal das ganze fälte abernten. Das werden wir dann schon unsere schaffe drüben unsere farbengröße machen. gleich mal ordentlich vermehren können. sehr schön. Oh ja. gut da müssen wir halt noch was rein machen. Das kommt davon wenn man halt so ein unförmiges haus baut. Da freut sich immer der Dachdecker. geht doch. wir lassen jetzt keine tracks wir laufen jetzt normal noch rüber. dann ist aber ich glaube auch schon diese aufnahmesession vorbei. dass wir uns dann der nächsten aufnahmesession um die schaffe kümmern können. und beschießt mich nicht hier. ihr wollt nicht beschossen werden also will ich auch nicht beschossen werden. spinnt woanders rum aber nicht hier. da ist ein pilz gewachsen. oder war es ein enderman. war dies ein enderman oder nicht. das sagt uns nicht das licht. dahin haben wir schon die kurve. ich hatte ja eigentlich auch mal überlegt dass man hier vielleicht sogar hier diese schönen kurven reinziehen. aber da habe ich dann gedacht nee wegen den chini gehen ja nicht so. da hat man dann so ein ruckel ruckel. vor manöver. so mal gucken ob wir das schaffen. noch zwei hunger keulen haben wir. anderthalb. ja jetzt müssen wir wieder was essen. schlimm schlimm schlimm. hab ich hier drüben schon stufen hingesetzt bitte 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 ja hab ich. warum. ich glaube ich habe auch fans benutzt oder. also müssen wir dann beim nächsten mal. ja genau jetzt unsere sieben diamanten. aber jetzt schauen wir die noch mal schnell. gebt mir eure wollen. so 1 2 3. wir wollen noch einen lieben machen gut dann bekommt ihr keins. so. wir müssen uns jetzt schnell schlafen legen. gut dass wir hier auch ein wird haben. so. aber nichtsdestotrotz sage ich jetzt an der stelle. danke fürs zuschauen. hoffe es euch gefallen. kommentiert. abonniert. liked. eigentlich mehr kommentieren. kommentiert. kommentiert was das zeug hält. und demzufolge macht es gut. und tschüss. bis zur nächsten aufnahme session was hoffentlich bald ist. bis zum nächsten mal crít Janeiro. Untertitelung des ZDF, 2020